Wann habt ihr zuletzt TwinCentity durchgespielt? Schreibt's in die Kommentare und damit Moin. Noch nie. Hi, willkommen zurück zu TTT, wir sind in der Bowling Map. Hallo, hallo, hallo. Ich sag auch noch mal hallo. Jetzt wird wieder ne ruhige Kugel geschoben. Ja, wir werden wieder ruhige Kugel geschoben. Ich hab mal gehört, schattet ein bisschen, hab ich noch mal hallo geschoben. Ja, bei mir das gleiche, Mensch, bei mir das gleiche. Ja, bei mir auch tatsächlich. Oh, du bist aus Half-Life. Du könntest sterben, holy shit. Du könntest sterben, du könntest sterben. Du kannst mal sterben. Hi. Nee, die kommt hier. Ach, verdammte Scheiße. Ich... Das ist ganz schön heiß. Ich war's halt nicht. Der muss... Gerade noch mal rechtzeitig... Hallo. Der muss hier in der Nähe gewesen sein. Hallo. Oh Gott. Wir sind mal gekocht, der Zombie. Ja, ja, der Zombie selbst halt, ne? Ja. Geht's gut, wieso? Was, wieso? Du bist nach anderen Traitor fallen? Ja, eigentlich schon. Ich hab' die Scheiße weg. Ich denk' auch, dass Ricki war. Ja. Na ja. Hat er was? Player All Shuffle. Warum kauft ihr die Scheiße immer? Ich hab' das auch echt schon öfter gekauft. Äh, ja. Wir sehen uns hier wieder. Okay, tschüss Morgi. Okay. Oh ja, warte. Ich schaffe irgendwen irgendwo rein, wo's halt witzig ist. Wo man sich so denkt... Kannst du den Traitor mal aufmachen, oder? Was hast du da gemacht? Ne, leider nicht. Sonst hätte ich mich ein bisschen mehr dagegen durchgesetzt, dass du richtig umbringst. Stell dich auf die Toilette oder so. Könntest du den Traitor-Tester gehen? Könntest du den Traitor-Tester gehen? Könntest du den Traitor-Tester gehen? Dann bring' ich hier mit den Traitor-Tester rein. Okay. Äh, ich glaub' es ist schnell, wenn wir recht schnell lang gehen. Du gehst rein? Ja, okay. Ich liebe das. Jetzt hab' ich's erst verstanden. Nicht, Hoki. Nicht, 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 nicht. Einfach immer in Bewegung bleiben und wenn du da ist, einfach weitergehen. Bei meinem Pech passiert immer irgendwas. Ja, das ist ein guter Plan. So geht man den Problem aus dem Weg. Sehr gut. Ah, das finde ich super. Vielleicht mit dem Knopf drücken? Okay. Jo. Okay, mach. Ich, ich. Hey, ich weg wurde. Ja, ähm. Chillig? 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 Cool. Ja gut, ähm. Okay, willst du mir die Shelf hier rauszukommen? Achso, bist du stark davon? Ja, mach mal. Ah, warte. Jetzt vorbei. Das ist ein Traitor-Tester. Ich dachte kurz, wir wären im Traitor-Raum. Nee. Das sah nicht aus wie ein normaler Raum. Jetzt ist das Problem, mein Radarpunkt ist nicht mehr. Aber da hinten sind... Aha! Wer war im Traitor-Tester drin? Ich? Ich war im Traitor-Tester. Oh, fucking. Wir haben den Detektiv. Wir haben den Detektiv. Ausgängige Detektiv reingemacht. Wir haben den Detektiv reingemacht. Ja, weil das gelogen ist, was? Ja, ja. Ist es auch. Dann geh doch mal rein. Dann geh doch mal rein, Hocky. Ja, ich hab geswitcht. Halt nicht umbringt, Fully, der hat die Waffe von Riki. Riki war Traitor und wir haben ihn... Wir haben ihn an Schaffler abgedacht. Das ist gelogen. Aber Fully war drauf und traf sich umzubringen gerade. Nein, ich hab noch gar nichts. Da ist Riki. Da ist Riki. Da ist Riki den Fass. Machen wir den Traitor? Das ist der Tester ja nicht. Du solltest den mal machen. Ja, er hat doch irgendwie geschafft, oder? Wir vertrauen uns ziemlich, ziemlich leutig. Der easy drückt auf den Knopf. Seid ihr lieben, Leute? Seid ihr lieben, Leute? Vorsicht, Vorsicht, Mayfurt uns alle umbringen. Ihr seid liebende, oder? Wer denn? Du und Moggy. Oh, Johnny und Moggy sind Liebende. Nein, wir sind bloß ziemlich sicher. In uns sind halt. Und? Wer war's eigentlich nicht? Jetzt sind wir hier draußen. Okay, war's. Aber das wusstest du doch. Hockey ist weg, oder? Hockey ist das Hockey. Man, Riki, wie kannst du da von einer Sekunde sterben in der Runde? Das war nicht eine Sekunde, das war Fucky. Wir können doch keinen Traitor-Kollegen haben. Hockey, das wirst du lieben. Hockey, das wirst du lieben. Das wirst du lieben. Er hatte Zombie in dieser Feuerfalle, was gut war. Ja. Und dann stand er vor, hat ein bisschen gegengeschaut, hat er gesagt, und Riki, schau, es wirst du nach Traitor fallen. Er hat gesagt, ja. Und dann hat er die Shuffle-All-Players-Bistoli in die Hand genommen. Ah ja, schau. Ich hab's zu Fully und Welf gesagt, dass er was super Offensichtliches gemacht hat. Ja. Das war klar. Naja, egal. War eine gute Runde. Ja, mit solchen Traitern wie dir kann man auch nicht gewinnen. Mit mir? Nein, das kann nicht sein. Wie kann man sowas sagen? Wie kann man sowas sagen? Ich hab alles gegeben. Ich hab alles gegeben. Ja, aber dein Bestes war nicht gut genug. Wie kann man sowas sagen? Wie kann man sowas sagen? Wie kann man sowas sagen? Wie kann das jetzt passieren? Was? Die Runde hat doch gerade erst angefangen. Ein Zombie-OG. Ja. Die Spieler hat gesagt, er lebt den Raum. Er hat's herausgefordert an dem Punkt. Das wärs jetzt wirklich. Das wärst du dann wirklich. Das wärst du, wenn da Traders und lambda aktivieren hätte. Das wärst du dann wirklich? Ne. Das wäre Ding. so tanzen wir überhaupt machen verschlossen ja klar schlossen ich dachte ich rüber wieder auf eine rücke gearbeitet dran auf jeden fall war ganz kurz habt ihr auch gekriegt habt ihr auch gekriegt hallo könnt ihr nicht verschießen richtig gut er kann sich noch nicht sein ich bin unschuldig und auch ich bin unschuldig ja johnny ist es auch nichts gemacht aktiviert die falle drinnen und wie machst du das immer da bin ich lieber geflogen das kann nicht sein ich war aber die gesamte zeit über unter uns war die runde ich bin im lussel außer dass die ratze scheinbar ich frage mich jetzt aber wirklich wer es war wenn wenn ihr nur noch mich im verdacht habe ja oder wer hat gerade geschossen aber ich fand wer hat er ist eigentlich auch also soweit wäre es nicht selber sind ja also beweisen und detektiv du musst es mal sagen wir können wir alle gehen weg von mir ich habe auch dass ich es war kann man darauf schießen diese technologie ist eine hexe übrigens ganz kurz schon jetzt nicht mal gerade wieder entfernt von uns johnny hat sich gerade von uns entfernt hat er ja ist okay ich hab's gehört man man irgendwie dachte ich dass kaum ein spiel erleben als die bananenbombe geworfen hab warte wer war es jetzt polis haben wir noch alle gelegt polis schießt auf mich steht don't blink und er so ich hätte machen können ja zwar war nicht optimal ja zum b kommst du bohlen gehört Das geht ab! Watch the models of chosen ones wisely, they say the truth. das funktioniert nicht okay egal was du machst jetzt hat es wohl anders genau was ich brauche ich fühle mich ziemlich seltsam aus warum bist du jetzt auch noch es tut mir so leid ich wollte zwar nicht mehr schießen aber er hat auf einmal angefangen auf ricky zu schießen ja ich weiß auch nicht weil ich wurde in den wohnen raum mit teleportiert und ich schätze mal das war ja ich habe es überlebt mann ich habe es mal natürlich wie bitte wirkt es mal runter bevor du mit uns redest das darfst du nicht sagen es war beides falsch ja das war das war nicht das richtige zitat ist schon peinlich ich wollte ich wär unter dem meer im garten eines kraken möchte ich sein geschossen es ist mehr für sie ist mehr vom detektiv favoriten deutsche übersetzungs song von alexi baxi das war es war eine der zeiten das war wirklich aber morgen runde der detektiv hat gesagt du bist es mir bist du mal ein diese runde hat so eindeutig statt ich meine ich hab echt nicht gecheckt war und auf mich schießt johnny also ich habe das zu sagen ich habe überhaupt nicht connected dass du gar nicht ich habe leider nicht getroffen hauha ist immer noch dass immer noch hier hier dort ist eingetragen nur ein einer stehen lassen die mann das war eigentlich ein schuss war gegen dich geworfen oder ja eigentlich so wie wärst du dich so schnell ich drehe mich und was dabei los schlagen ja so mein gott hast du tust immer noch hallo ich habe die kugeln nicht so rumwerfen das gefährlich ein aufpassen hier das hätte man beim kopf wieder ich habe doch nicht wir haben mehrere leute die sagen dass du mit kugeln zwei ja genau dazu geführt dass johnny gestorben ist was macht die ratte das ist ein ratten ding ich bin nicht von den kugeln erschlagen werden der topf schützt dich macht mir angst ich werfe nur in den raum ok wenn ich treffe kannst du damit auch gezielt werden in den raum zumindest war also da muss ich ja es heißt nur mit der kugel das heißt nicht was für eine kugel aufgeschossen vorsicht der ratten warum hast du gute arbeit gute arbeit mogi was könnte da unten durch passen irgendwie aber ich dachte mir also auf der auf deiner quest nicht von bowling kugeln erschlagen zu werden dachtest du dir du nimmst mal das flammbare fass und stellst dich dazu ich dachte das könnte ich drunter durchwerfen bin ich eigentlich gestorben weil du die kugel abbekommen hast oder ich irgendwer hat es gesagt auf jeden fall dass mogi das ist so eine petze hä was hab ich gesagt so eine petze wow nein hat mogi die kugel abgewischt worden hat mogi die bowling kugel abbekommen oder oder ich ja ok ich weiß ich weiß ok es ist schlimm ey du musst meine facecam sehen nein das war wichtig gerade äh ich bin immer noch gleich in session ne muss immer noch zuhören das ist der kreppteile ja und die burgerbrötchen nie glück ich wollte ich wehe ich bin detective unter dem meer ich habe niemals gesehen 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 warum sagt er es so als ob du eine bowling kugel ich habe dich mit dem kopf geschüttelt ich kann auch nicht fassen dass die das immer noch so interessant fand worüber sie gesprochen haben dass sie noch so drei weitere Sätze dazu verlieren das war wild ich sehe gar keine Bienen ich auch nicht ich habe nur gehört dass sie jemand gezündet hat wer hat gelogen ich habe die Bienen gehört die spielt ja ultralaut so ein Soundup aber Fully kam her und hat gesagt was warst du das warst du das das muss so wie gewesen sein was ist denn warum haben die einen dreizeck gemalt offiziell steht dass ich von Maeve getötet wurde übrigens viel spaß Maeve mit dem Minus Karma ich wünschte ich würde hier bei Wien Wilder schießen darf ich schießen ist das erlaubt Herr Detective warte ja vorsicht Hockey vorsicht vorsicht was passiert hier durch den Rückstoß Aua warte ganz kurz oh Gott warte kurz nein Riki nein nein Riki das war echt traurig echt was ey Fully hat sich fast verraten aber sie haben es nicht gerafft alle ja Zombie ja in der Runde davor habe ich die Bowlingkugel abbekommen oder Morgi du okay du bist doch gestorben ja aber ich war ja ein Guardian von Morgi deswegen achso ne ich habe dich getroffen direkt ja ok ok wer ist denn das auf dem Spray Hockey Schimtex wer Schimtex mit dem reden wir nicht mehr ich habe den Namen ja schon lange nicht mehr gehört war der mal hier aus der Gegend er lässt sich hier nicht mehr blicken der Teemo der ist raus der ist echt raus der Teemo der Chemie Bist du wer auch raus ist? so raus Aua hey der da und wer ist schon der ist Johnny ich habe es getan ich gebe es zu ja ich habe es getan warte ich dachte ich habe einen neuen äh schade ich wollte euch einen neuen Sprayer ist das Spray Johnny spring mal hier rauf Johnny spring mal hier rauf aber nur rauf nicht rein ok ah das war knapp das war zu knapp mach nochmal kurz ich hab dich gesehen Johnny mach nochmal mach nochmal ich bin zwar der Chef aber ich geh jetzt nicht in die Küche John Bist du der Chef ich weiß dass ihr geschubst wird aber einmal noch einmal noch komm bitte ich bin hier der Chef und ihr habt jetzt zu geholfen hast du Stahleier? 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 ich bin schon aus beiden nee nee Gold ey jetzt ist der Crepe Teig auch leer ist das nicht so ist das nicht ne Burger leer ist sondern der Crepe Teigleier ja egal ich musste den Tee auf dem Scheiß doch ich guck da muss man schon es ist krass oder? nee geh schnell drauf Johnny hier hat mich eben geschwemst ich hab so mitgekriegt das Weichei freundschaft mal los hier bringt mich ja oben mann wir hatte mich eigentlich machen leute hallo ich bin später hat er ganz kurz das möchte ich immer töten nein bitte nicht hallo warte ich muss einladen lebe und erzähle deine schmach den anderen dass du von mir getötet worden bist so schießen müssen dass ich schon die nicht wiederbeleben sie bleiben trotzdem tot gezogen ich habe gar nicht gewusst war normaler d4d mit magneto stick weggezogen ich wusste dass sie wiederbeleben wollte ich habe ihn aber so weggenommen was hast du gedacht was er sonst mit dem defibrillator macht ich habe den gar nicht gesehen ich habe es nur mitbekommen was war unfair ich habe schon gehen lassen ach ja schwör auf unsere freundschaft das ist ja nicht viel zu verlieren ich hab mich jetzt schon zweimal ausgespielt ist ein bisschen unfair hast du recht nee kommt mal geiten ich bin ach du scheiße was los bleib mir bloß vom leib ricky ich bin detective ich bin nicht ich bin eine tickende zeitbombe das ist das problem du bist nova ich will dich schützen ich will dich schützen ich bin der richtige supernova pst 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 im durch sagte ich möchte dass ihr alle euch um"! johnny herum stellt die ganze zeit der hatte importante ich möchte dass ihr alle beim j складium rum lauft bleibt alle beim juni so nah wie möglich gut deriz viel Nixon dijk er war der nova er war der nova war kann ich so ich habe ein graffiti jetzt wurde kurz geklaut ich war das nicht warum was geht denn jetzt ich weiß ja nicht wann ich hochgeben die beiden anzuzünden ich wollte gerade schöne schatzkarte malen und dann werde ich einfach unterbrochen von jemandem der in die luft fliegt und mich tötet dann wollt ihr nicht den wiederbelebt der in die luft geflogen ist sondern den der explodiert ist ich verstehe schon was sagst du zu deiner verteidigung warum was denn ja ich habe es genau gesehen dass daneben geworfen ja ich kann das eben gesehen wie ich ziele ja ich weiß ja nicht ich kann nur mario erzählt und du ich weiß nicht in welchem film du da warst ja 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 ich habe deine ballen kugel muss folgen ja ich habe den ball ja 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 durch hyl das mateix пиш ich habe die classer füllt ja ich Multi schade Du kriegst einen Gutschein für drei Goldmünzen. Drei Goldmünzen? In welchem Spiel? Das kann doch nicht sein, da sind so viele auf dem Ort. Wow. Okay, drei Goldmünzen. Drei Gold in WOW. Guck mal, das wäre jetzt so schön. Ich freue mich die ganze Zeit auf diesen Anblick. Welchen Anblick? Jetzt steht er da ganz alleine. Wer? Ich? Johnny will, dass wir explodieren. Einzige, der nicht verlässlich ist. Schießwütig steht da, wenn ich nicht angucke. Oh, Ninova. Wer ist noch eine Quest für uns? Fangen wir auf. Boah. 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 Boah, was halten wir eigentlich vor U U U U Energy. Okay. Gehen wir rüberziehen. Aber ich will echt nicht weggekommen. Es wird halt... Fulltime games? W true we have a quest... möchtest du das ist denn die quest aber einen vollteil geschossen hast du noch ein leben für mich der hat mich geschossen die ganze zeit über gelohnt ich hab's voll drauf hat er ausgeplaudert was mein plan ist er konnte sich nicht zurückhalten das hat doch keiner gehört ich hab das nur hockey gesagt ja und ich war traiter ich habe das durch die halbe web gehört aber die anderen haben das hat das überhaupt nicht gejuckt deswegen von allen weggegangen weil du es gesagt hast nein bist du nicht bist gestorben ich habe nicht so ich habe überlebt sogar gerade aber der eine dem ich es gesagt habe der hockey der ist gestorben das ist interessant auf jeden fall gut ich habe 300 kamer verloren eher schlecht aber sonst gut man hast du recht verloren hallo automatisch muss wenn er stürmt ja ja nur was ich bin doch im stück habe ich eine dt cam oder was na klar das heißt noch mal ich bin doch nicht so frei gefällt Was ist das für eine Scheiße, Mogi? Was hast du gemacht? Das war bei Galaxy S7. Aber ich war noch gar nicht so nah dran. Ich bin auch richtig weit weggelaufen. Ja. Ich glaub, die hatten mehr Rechweiß. Alter, die war brachial. Ey, ich hab mich selber getötet mit Konsole, ja. Aber es war so funny wie die Verwirrung einfach. Aber das macht keinen Schaden. Scheinbar macht es dann keinen Schaden, ja. Ich dachte mir, wenn Zombie explodiert ist, dann kann ich auch noch explodieren. Gibt's ein Wunschteam, das du gerne sehen würdest in diese Runde? Kann ich es eingegeben eigentlich. Eine Konstellation, meinst du? Ja. Oder wie? Ich hätte gerne Zombie und dich als Traitor. Das fände ich cool. Nee, ich bin Armer. Bist du Armer? Ich bin Armer. Ich kann nicht, ansonsten. Ach so meinst du das? Ach so, ja. Dann hätte ich gerne Johnny und... Ich hab jemand auf dich geschossen, Hockey. Ja, ich hab's gesehen. Aber mach mal Johnny den richtigen Schaden. Ahhhh! Wer? Nein, alle meine Freunde und Hockey sind tot. Und? Hol' doch! Du Lusche! Warst du, ne? Nee, ich. Ja. Was ne cleane Runde, ach du heilige Scheiße. Gute Arbeit. Und so werden wir nie erfahren, wer das Stream Team für diese Runde wird. Ja, ich hätt gern ein liebendes Paar gesehen, aber dann halt nicht. Ist ja ekelhaft. Der hat sich gegen die Liebe entschieden. Der will sowas sehen. Ja. Also ich hatte mein liebes Partner. Gegen die Liebe. Ja, ne. Herbert, du warst mit Fully im Team, was? So. Entschuldigung, ich musste ganz kurz eben da einmal, einmal eben, äh, was hinschreiben. Hey Maeve! 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 Ja? Ich bin aus der Web gefallen. Jetzt sind auch die Pommes leer. Warum sind die? Da ist so viel los gerade. Hört ihr mal auf, jetzt hier den Wummer am Rutschenwerken. Hast du das gefallen? Reki, hilf her, Reki. Ja, ich bin doch dabei, ich habe gerade getötet. Ja, ich bin wieder auf der Map. Ah, Papierflieger. Kann ich den aufheben? Ey, ich bin sonst jeden Tag da, ne? Jetzt bin ich einen Tag nicht da und plötzlich brennt da die Lade. Ah, komm schon! Nein, lass es! Oh Gott, hör auf zu schießen! Moment. Okay. Ich habe keine richtigen Locken, ich habe irgendwie so eine Pillow-Pistole. Versachladen. Oha. Toll. Was macht denn der Papierflieger da? Wo fliegt der denn hin? Wo ist der jetzt abgedriftet? Was? Okay. Ja. Verbrennst du? Ne. Scheiße, wo bist du? Bin ich nicht da drin. Wo ist er? Wo bist du? Zombie? Zombie. Oh, wie sind überhaupt alle anderen schon tot? Oh Mann. Ich mein, wieso ist Mogi tot? Ja. Wo bist du denn? Oh Gott. Na, was? Der Papierflieger hat den Among Us ausgeschaltet. Ja. Also hätte besser laufen können. Danke Papierflieger. Letzte Runde ist wieder die Tür öffnen und die Snake Shotgun reinfeuern sollen. Oh ja. Er war wirklich da drin oder was? Ja. In so einem Seitengang. Er ist ja nicht verbrannt. Nein, nicht da drin. Ah. Da ist noch ein Raum dazwischen. Wo waren alle anderen? Waren alle schon wieder tot? Was passiert hier? Hier ist einfach immer nur Krieg. Eine außer du. Es ist wirklich Krieg. Letzte Runde. F steht für Freunde, die was unternehmen. Ich bin heut mit Maeve. Denn der Maeve und der Rikki, das sind die beiden Slickys. Ich bin auch der Rikki, aber ist egal. Dann geh ich weg. Okay. Der Rikki und der Maeve. Der Rikki und der Maeve. Der Maeve. Der eine ist brillant. Der andere ist Maeve. Der andere ist Maeve. Der andere Rikki Mania. Moment. Hey. 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 Weißt du, einen Tag nicht da. Ja, die Pommes gehen auch langsam zur Neige aus. Und dies und das und das. Lea. Ja, dann... Seht ihr nicht, dass ich am Arbeiten bin? Wie guck mal, so sah das aus. Du würdest jetzt so gerne in dein eigenes Stream gucken, was da los ist. Ja. Guck mal, so sah das aus. Mit den Sardellen. Ungefähr so. Wie der erste Spongebob-Folge. Wir wollen Burger und Dackel. Oh nein. Guck. Guck dir gut? Hi. Hockey geht's. Hockey? Hockey geht's nicht gut, glaub ich. Ach da, da ist er wieder. Wurde ich auf einmal Hockey aufzuhängen. Du warst währenddessen dabei, ihn aufzuhängen. Ach der war die ganze Zeit noch an deinem Magnetusdick dran. Ach so. Oh mein Gott. So, er ist jetzt der Ladenhüter, schätze ich. Naja. Ja. 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 Ja, Johnny ist der andere. Ja, Johnny ist auch jetzt nur noch völlig weggerannt. Hallo Johnny. Ja, was soll ich an dem Punkt machen? Ich wusste genau das, wenn ihr Fully so umbringt, dann bin ich der Nächste. Und warum wurde ich überhaupt jetzt erschossen? Das Fully-Radar hat ausgesprochen. Na, einfach nur so. Weil du wieder standst und dann auf einmal wieder auf Pistole gewechselt hast oder auf irgendwas anderes. Ja, Pistole wechseln ist jetzt so. Ich stand auch nur rum. Wir haben uns einfach am wenigsten vertraut. Du musst dich auf Pistole wechseln für ne heiße Kartoffel. Bonusrunde! Ich hab auch nicht auf ne Pistole gewechselt. Ja, Hockey, du bist einfach in unser Haus gekommen und hast nicht Hallo gesagt. Das war verdient. Akzeptiere ich als Entschuldigung. Danke. Was ist jetzt hier sonst so? Ja, auch wenn ich das geladen. Guten Tag. Hallo. Warte mal. Einmal Mittel zum Mitnehmen. Die Nummer eins. Was bin ich denn? Was bin ich denn? Egal, Lide. Hockey, äh, Hockey, äh, Hockey, äh, Hockey, äh, Hockey, äh, Hockey, äh, Hockey, Zombie, bist du cooler? Freunde? Ich bin im Mittag, aber ich kann ne Rolle von euch gucken. Ja, das ist was mit Cola. Bist du dabei? Cola? Das ist Fanta. An dem Moment ist das eine coole Rolle bei euch. Äh, ich hab... Ist das ein cooler Typ einer von euch beiden? Ja, bei mir ist äh... H13. Ja, nee, das ist ein S. Okay, was ist denn los mit denen, May? Dann zwei, soll das sogar kein S sein. Richtig viel gemütet übrigens. Ach so! Das ist eine 2. 2, 1, 3. Welches Tor wollt ihr? Niemand, die coole Rolle will ich wissen. Ich hab unschuldiger bin ich. Was ist ne coole Rolle? Ist das der Code von... Ne, ich bin nicht cool. Einer, den ich kopieren will. Ich bin auch cool. Ich muss die anderen gucken zum Kopieren. Ja. Sind das auch noch die Nuggets alle? Genau, einen halben hast du einen Zweifang rein, genau. Ein Fläschchen, zwei Vanillezucker, ein bisschen Salz, ein bisschen Öl, ein bisschen Zucker. Habe mich gehört die ganze Zeit? Habe mich die ganze Zeit gehört? Habe mich die ganze Zeit gehört? Äh... Achso. Ich hatte schon gar nicht, wir hatten super optimal Waffen. Aber ich bin auch so dumm. Warum hast du wenig erschossen? Ja, das stimmt. Also für den Moment, wo Zombie auf mich zukommen war es nicht so gut. Aber ich war auch scheiß im Snipe. Ich dachte, ich mache das Snipe und ich war nicht gut. Maiv? Also... Ja, so läuft es meistens. Aber war ja nichts Privates. Nee, ich wollte für dich... Ich wollte mein Mikrofon muten, aber ich habe auch so in den Discord eine Gemüte bei mir. Versteht? Ich habe auf den Mischpunkt am falschen aufgedrückt. Das war... Jetzt hat sie gefragt, wie man Kreppteig macht. Aber das weißt du doch, oder? Ja, die sollte man Chat aus deinem Rezept machen. Dann weißt du das doch. Oh mein Gott, ey. Das war... Es tut mir leid, wenn du jetzt was hast. Oh nein. Hast du ihr das gesagt? Ja, ich habe ihr gesagt, wie der Kreppteig geht. Nein, ich habe kurz gesagt, wie man den macht. Ich dachte, du hast dir gesagt, dass du im Chat ausrufst. Nein! Der ist ein Asi. Johnny, du bist gerade den Traitor getötet. Johnny ist safe. Ich vergesse ihn voll mittlerweile. Ich habe den Traitor gerade ein bisschen lucky entladen. Ja, dann ist es wahrscheinlich Hawky der andere. Johnny war am Traitor-Tester? Nein, Johnny hat gerade den Traitor getötet. Er hat gerade Fully getötet. Nee, ich habe einfach nur gesagt, Fully bist du Traitor. Er hat aber nicht gecheckt, von wo ich mit ihm rede. Hat mir nicht geantwortet. Dann hat er sich so hingehockt und dann habe ich ihn einfach erschossen. Oh mein Gott. Aber hier ist ein Krieger. Pass auf, Ricky. Warum er so nicht... Ich sage Hockey ist es. Oh Gott. Ich glaube, Fully ist gerade wieder richtig wütend. Ja. Wieso lebe ich noch? Ja, ich habe mich noch ein bisschen mit dem toten Fully unterhalten tatsächlich. Oh, die Ratte ist tot? Ja, ja, er meinte so, ich war überhaupt nicht auffällig und so. Hey, Fully scheiße. Ach so. Nee, das gibt keinen Sinn, das ist so eine Zombie, macht scheiße Runde. Habe ich gerade beide mit einem Schuss getötet? Ja! Boah! Bin ich ein Gott! ach so okay war doch nicht weil war war doch nicht so presse wie ich dachte wo ist die rate schade ich dachte ich habe es was richtig im presse gemacht oder so magi 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 Ich habe extra die Panicles ausgelegt und du bist einfach drum herum gelaufen. Was macht überhaupt diese Heat-Falle, da ist nichts passiert, oder? Ich habe eine Traitor-Falle aktiviert und dann random geworbt, aber... Aber warum hast du mich umgebracht, Zombie? Weil du es verdient hast. Ja, in Fully's Augen, aber in Zombies ja nicht. Keine Ahnung, ich war arme. Ich war arme, oder bricht dich einfach oben, das ist halt so. Okay, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, tschau. Tschüss. Kann mich wenigstens noch jemand als Nova in die Luft sprengen? Komm schon. Das kriegen wir hin, warte. Nova dauert natürlich eine unbekannte Zeit. Ja, wir können mich einfach abschießen. Dann explodiert er ja nicht. Doch. Hä, eine Nova kann doch nur... Wie so ein Luftballon. Er war wirklich ein Luftballon. So ein kleiner Knallfrosch. Wundervoll. Was ist das? Warum ist das so? Ich dachte dir... So ein Knallerbse einfach nur auf den Boden geworben. Wundervoll. Das ist ja alles so gut... Wundervoll. Ja... Wundervoll. Dies ist das Luftballon. Weitzen Leahy. Söng.